Was geht ab, sind noch 4,5 drin, ja super, 4 Pyramiden, aber leider trotzdem nur 5. Na schade. Okay, mal 5 könnte gut sein. So. Komm, noch einer. Na ja, egal. Hauptsache, wir sind erstmal weiter hier. So, jetzt 6 Spiele. Ja, was ist das denn? So ein Schrott. So. 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 mit. So. 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 Letzte Chance, komm. Oh, komm, 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 komm. Nein, was ein Schwanz, ey. Ja, wenigstens das noch. Vielleicht hätte gut geknallt hier. Guck mal, sogar so schon, ey. Boah, wären die Affen mal da vorne gekommen. Oder nur eine Pyramide, ey. Und jetzt die Chance. Oh, Chance noch da. Ja, kommt immer jetzt. Jetzt kommt noch eine. Oh, ja, gut, wir bleiben drin. Ja, mit der Größenkatastrophe bleiben wir drin. Das war das jetzt bestimmt. Letzte Hoffnung. Ja, schade, aber ja, gut. Und? Ja, mies, aber ja, gut. 67,60 Tonnen mit auftauchen. Ich spiele noch mal ein bisschen nach. Vielleicht kommt der ja noch mal rein. Ein, zwei Chancen mal gucken. Manchmal hat der ja so eine Aktion. Ja, für alle, die auch Bock haben, online zu spielen, ohne Gebühren, ohne Hacknack, ohne alles. Könnt ihr freie Spiele kaufen. Wie gesagt, ihr könnt ihr über 1 Euro zocken. Ihr habt ihr keine Pause nach jedem Dreh und dem ganzen Quatsch. Einfach unten meine WhatsApp-Gruppe abdecken, reinkommen. Ihr selber könnt dann nicht schreiben. Aber da kommen jeden Tag Infos. Und, ähm, ja, mann. Könnt mich auch privat anstellen. Das ist ja auch kein Sinn. Und, ähm, ja, ja. Das ist noch mal. Ah, schade, Mann. Eine Möglichkeit würde ich mir noch reinziehen, auf jeden Fall. Wobei, ich schränke hier irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht noch eine, maximal zwei, taubt er nochmal auf. Das Spiel kann der größte Scheiß sein, kann aber auch gut sein. Also ich sag mal, jetzt gerade ging es auf jeden Fall klar. Sehr gut bezahlt. Oh, meine Möglichkeit. Ich hab doch believed hier, da musst du doch reinkommen, du Schwein. Das Spiel kann der größte Scheiß sein, kann der größte Scheiß sein. Das Spiel kann der größte Scheiß sein, kann der größte Scheiß sein. Das Spiel kann der größte Scheiß sein, kann der größte Scheiß sein. Hammer. Komm, keine 3, 4. Er macht keine 3 jetzt hier. Ja, natürlich. Beste vom Besten. 3 vergammelte Spins. Ja, natürlich. Keine Hoffnung. Ja gut. Dann machen wir das Video jetzt auf Stopp und wechseln das Spiel. Haut rein, meine Lieben.